Keiner so weit wie ich. Nene, das ist richtig. Deswegen hörst du ja auch Vanilla Nina oder wie die heißen. Wann... Das hab ich nicht behauptet, dass ich die höre. Ich muss fragen, ob du die Zwerden kennst oder die Typen. Die haben ja nicht selber gesungen, der eine hat sich das sogar umgebaut von denen. Das würde ich auch tun. Wollten C machen, ne? Haben sie C schon gecappt? Ja, stehen schon drinnen. Ich weiß, auf A, auf B. Wollten C machen, ne? Haben sie C schon gecappt? Ein Typ hat dir ja noch geschrieben und No-Name, ah. Profil Private. Ja. Das hab ich noch gelesen. so ich jetzt auf dem friedrich den großen auf den orca da klar 12.000 5.000 auf die gearing wir haben schon zwei dds wieder verloren warum fahren die denn dds wenn sie es nicht können ich bin offen durch den cd ich komme mit den b reingedrückt naja ich komme ich bin hinter dir fünf kilometer achtung kommt die ob die war Okay. Okay. Jetzt ist die Gearing wieder zu und mein Hydro läuft nicht mehr. Aber... Gegnerische Zerstörer versenkt. Kannste Hydro zünden? Luca? Ja. Zünd doch mal Hydro, da steht was im Nebel drinnen. Wenns geht. Da steht nichts mehr. Doch, da steht die KG auch noch drinnen. Nein, die ist woanders hin. Müsst du hier schon nichts aufgeben? Ja, warum auch nicht? Ja genau, fahr mir mal Arschuh, Scheiß, Drecks, Bismarck. Genau. So lieb ich das. Halt spitz auf die Minotau zu. Links ist die Udeleu und Trapedos. Genau, spitz auf die zu halten. Ja, jetzt auf die Minotau gehen. Ja, jetzt wo fährt der denn hin hier vor mir? Das ist ein paar andere von Chris Papino. Das ist ein paar andere von Chris Papino. Das ist ein paar andere von Chris Papino. Sehr schön. Warum lässt dieses Schiff nicht stehen? Verdammt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hat sich nicht nachmachen. Auch in Ordnung. Geht. Das war's. 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 Das war's.